Ich hatte nicht geplant, heute einem Möchtegern-Imperator ein Lächeln zu schnitzen. Das war reiner Zufall. Aber was ich für eine Ablenkung hielt, wurde mein absolutes Meisterwerk. Ich fand Brainiacs Sammlung, die armen Städte aus dem gesamten Universum, gefangen auf dem Schiff. Es blieb nur eins zu tun. Ich befreite sie und verpasste der Erde den Neustart, den sie so dringend brauchte. Ich webte einen Flickenteppich aus Zivilisationen, ohne Rücksicht auf Sinn und Verstand. Ängstlich und verwirrt, auf ihre Instinkte zurückgeworfen, töten sie sich nun auf abscheulichste Weise. Und ich lehne zurück, esse Popcorn und genieße die Show, die Welt brennend zu sehen. Bis zum nächsten Mal.